Hey Leute und herzlich willkommen! Ja, heute ist es endlich soweit. Der 21. Juni ist da und endlich können wir den Minecraft Battle Mode spielen. Natürlich wusste ich darüber Bescheid. Ich habe zwar kein Feedback gegeben, also gesagt, ja, freue ich mich jetzt darauf oder nicht. Ich habe mich immer darauf gefreut, denn endlich ist es als YouTuber viel einfacher, denn man muss endlich nicht mehr auf Freunde warten, wenn die endlich mal spielen oder ob Freunde online sind überhaupt. Nein, man kann einfach auf Minispiele gehen. Genau, und dann kann man hier einfach auf Beitreten gehen und das ist das Gute. Man kann einfach irgendwelchen Online-Spielern beitreten. Freunde sind jetzt natürlich alle super aktiv, ist ja klar. Und Marvritz macht wahrscheinlich auch gerade ein Video. Na gut, wir werden einfach mal einer Online-Runde beitreten und mein erstes Match, mein wirklich allererstes Match, Minecraft Battle Mode, zeigen. Ja, es ist wirklich mein allererstes Match. Ich habe es gerade erst neu installiert und, ja, würde man sagen, öffentliches Spiel mit dem Beitretenmenü kannst du die öffentlichen Spiele mit anderen Spielern beitreten, die nicht deine Freunde sind. Jawohl. Ah, so Leute, da bin ich in einem Game. Äh, Gott, wie lange habe ich kein Minecraft mehr gespielt? Gerade auf PS3, das ist echt lange her. Gut, die Runde startet, Zeit zum Spielwechsel, alles klar. Äh, 27 Sekunden. So, Leute. Ich habe noch kein einziges Mal Battle Mode gespielt. Ich habe keine Ahnung, wie es ablaufen wird. In der Mitte sind anscheinend... Oder ausgeschlossen, oder ausgeschlossen. Okay, ich will die Rüstung haben. Und ich will den Stab haben. Schärfer 1, sehr gut. So, jetzt erstmal... Habe ich die Rüstung? Ja, habe ich. Boing, zack. So, erstmal schön weit gesprungen. Da ist was. Okay, ich möchte den Trank haben. Aber wieder sprüge ich nicht. Vorscharn 1. Schärfer 1 ist, glaube ich, besser. So, es sind auf jeden Fall schon ein paar ausgeschieden. Und einer ist auf jeden Fall schon tot. Ich sollte jetzt auf jeden Fall aufpassen, dass ich nicht sofort draufgehe. In meiner First Round hier. Ein bisschen lecken tut es, aber das ist, äh, PS3. So, das kann ich doch. Genau. Ich weiß jetzt nicht, ob der Stick besser ist oder das Schwert. So, hier oben gibt es bestimmt auch irgendwas. Drei Leute sind noch drin. Da könnte ich rüberjumpen. Oh, nicht schaff's. Ich bin so ein Pro. Aber ich hab das alles schon. Oder schon? Habe ich doch auch schon, ne? Ja, beides habe ich schon. Alles klar. Da ist eine Fledermaus. Die gucken mir auf jeden Fall richtig nice zu. Finde ich cool, dass es jetzt diesen Zuschauer-Modus auch gibt. Da drüben rennt einer. Ich glaube, ich gehe mal zu dem hin. Ich habe noch ein bisschen Action. Action ist super. Wie gesagt, Leute, ich habe einfach gar keinen Plan vom Battle-Mode. Also, so fast gar nicht. Ich weiß, dass es einen Shodan gibt. Und da ist hier eine Truhe ganz schön. Oh, geil. Äh. Den einen Charmstone. Alter. Das ist ne... Die Pfeile wollen nicht. Das ist ja ne Todestruhe. Ist ja geil. So, mal sehen. Vielleicht könnte ich die Runde sogar gewinnen, wenn ich mich ganz geschickt anstelle. Das ist auf jeden Fall der nächste Tod. Welche Farbe bin ich denn? Jawohl! Habe ich das... Ich habe die erste Runde gewonnen, Leute. Das war meine allererste Runde. Ich schwöre euch. Und ich habe sie gewonnen, Leute. Wir spielen gleich noch eine zweite Runde. Alles klar. Bis gleich. So, Leute. Ich bin einer neuen Runde beigetreten. Und die geht dann in 60 Sekunden los. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass ich gleich meine erste Runde gewonnen habe, Leute. Ich schwöre aus euch. Es war meine allererste Runde. Okay. Let's go. Die Runde beginnt auf jeden Fall. Bucht. Das ist die Bucht. Ich sehe es. Ich schätze mal, da hinten sind die Truhen. Ja, alles klar. Ich weiß nicht. Ich renne eigentlich ziemlich gern in die Mitte. Weil man da doch eigentlich einiges abstauben kann. Wie hat er das bitte gemacht? So, wenn die Schutzzeit gleich vorbei ist, dann kill ich den. Zwei. Ein. Und. Und jetzt habe ich ihn. Hoffentlich. Jawohl. So, dann werden wir hier mal ein bisschen für ein Action sorgen. Action. So, du kommst erstmal her, mein kleiner Freund. Au, von hinten. So, oh, es laggt ein bisschen. Habt erstmal was kassiert. Ey, macht ihr hier Team? Nein, macht ihr nicht. So, der Typ mit dem Schwert muss drauf gehen. Ja, da haben wir ihn. Regeneration. Essen. Und gleich trinken wir die, äh, trinken wir den Heilungstern. Oder obwohl. Regeneration, äh, hielt uns schon eigentlich ganz schön. Die Truhen sind, sind die jetzt noch voll, oder? Tatsächlich. Lol. Aber ich habe keinen Bogen. Also die, die so leuchten, sind anscheinend noch etwas voll. Alles klar. Gut, wie viele leben jetzt noch? Da unten sieht man es ja. Vier Leute. Ich habe drei, drei Kills oder zwei Kills? Oh, jetzt hänge ich unten fest, ey. Oh, teamt ihr jetzt? Bitte nicht. Doch, die Team. Ja, die Team. Oh, das bockt doch nicht, Leute. Easy, den einen haben wir. Ja, der andere nicht. Der, ähm, ja, okay. Gut, Leute, da sind wir gestorben. Ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Denn wir kommen als Batman wieder. Der, 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 Batman. Woo, Batman. Oh, ich liebe das mit der Fledermost. Das macht richtig Spaß. Also auch wenn man tot ist, kann man hier immer noch mit der Fledermost rumfliegen. Und das ist einfach super. Also dieser Zuschauer-Modus gefällt mir richtig gut. Ja, der Zuschauer-Modus gefällt mir richtig gut. Der Battle-Mode, der restliche Battle-Mode. Ist eigentlich scheiße, aber der Zuschauer-Mode. Unglaublich. Nein. Spaß, Leute. Das war's von der Runde Minecraft-Battle-Mode. Ich bin noch eine kleine Bad hier. In der Zone. Und ja, Leute. Das soll es zum ersten Video zum Battle-Mode gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einfach ein Like da. Und schreibt in die Kommentare, ob ihr weitere Minecraft-Battle-Mode-Videos sehen wollt. Und wie ich die schneiden soll. Und sowas alles. Also dann, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.